Sandro Salvadore Italien war ein italienischer Fußballspieler. Karriere Sandro Salvadore begann seine Karriere beim AC Mailand, für den er zuerst in der Jugend spielte und am 21. September 1958 beim 2 zu 0 Sieg über die US Tristina unter Giuseppe Viani in der Serie A, debütierte. Bereits in der folgenden Saison wurde er Stammspieler und feierte mit Milan die italienische Meisterschaft. Zwei Jahre später, in der Saison 1961-62, konnte er diesen Erfolg wiederholen. Im Sommer 1962 wechselte Salvador zu Juventus Turin, wo er zwölf Jahre lang Stammspieler auf der Position des Liberos war. Mit Juve konnte er drei Scatetti und eine Coppa Italia gewinnen. Nach insgesamt 450 Partien und 17 Toren im Trikot von Juventus beendete Sandro Salvadore am Ende der Saison 1973-74 seine aktive Spielerlaufbahn. Sein Nachfolger auf der Position des Liberos bei Juve wurde Getano Schiri. In der Nationalmannschaft debütierte Sandro Salvadore am 10. Dezember 1960 beim 1 zu 2 gegen Österreich. Er nahm mit der Squadra Asura an der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 und 60 in Chile und an der WM 1966 in England teil. Bei der Europameisterschaft 1968 im eigenen Land konnte er unter Trainer Forocio Valkarecci den Titel feiern. Salvadore absolvierte insgesamt 36 Länderspiele für Italien, 17 davon als Kapitän. Seine letzte Partie in der Nationalmannschaft absolvierte er am 21. Februar 1970 beim Spiel gegen Spanien in Madrid. Die beiden Mannschaften trennten sich 2 zu 2 und Salvadore schoss innerhalb von drei Minuten zwei Eigentore. Daraufhin verlor Trainer Valkarecci das Vertrauen in ihn und nominierte Salvadore auch nicht mehr für die Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Mit der italienischen Auswahl nahm er außerdem 1960 an den Olympischen Spielen in Rom teil. Die Mannschaft des Gastgebers belegte den vierten Platz. Erfolge Europameister Italienische Meisterschaft Coppa Italia